Sie schloss kurz die Augen und atmete tief durch. Gerade war Hermine noch dankbar dafür gewesen, unbemerkt verschwinden zu können. Jetzt wünschte sie sich, sie hätte sich doch etwas mehr beeilt. Verdammt! Unschlüssig blieb sie mit der Hand an der Türklinke stehen. Merlin, sie war Schulsprecherin. Ihr würden doch ein paar pupatierende Jugendliche nichts ausmachen. Doch bevor Hermine die Tür öffnete, öffnete konnte, steht da. Doch bevor Hermine die Tür öffnen konnte, ertönte erneut. Diesmal ihr ziemlich gut bekannte Stimmen. Merlin, konnten Harry und Ron nicht einmal das tun, was sie ihnen sagte? Mit etwas viel Schwung riss Hermine die verfluchte Tür auf und stolperte nach draußen. Auf einmal kam sie sich vor, als wäre sie in der Zeit zurückgereist. Und wieder an dem Abend, an dem der Winterball stattgefunden hatte. Die plötzlich eintretende Stille und die Blicke waren exakt die gleichen, wie vor drei Jahren. Pansy Parkinson startete sie mit unverholener Bestürzung an. Millicent und Daphne Greengrass klappte der Mund auf. Sie waren nicht die einzigen. Blaise Sabini, Theodor Nott und die anderen Slysuans starrten Hermine ebenfalls an, als wäre sie ein Geist. Auch Ron und Hermine hatten ihre beste Freunde mittlerweile bemerkt und sahen erstaunt an dem blonden Jungen, der mit verschränktem Arm vor ihnen stand, vorbei zu Hermine. Schließlich drehte sich auch Malfoy um. Mein Gott, das ist wieder so ein mega verschottelter Satz. Schließlich drehte sich auch Malfoy, der bis jetzt mit dem Rücken zu Hermine gestanden hatte und sichtlich verwirrt über die ganzen Blicke war, um. Dass sich auch in seinen grauen Augen vor Überstürzung kurz weiteten, bemerkte sie nicht. Zu sehr hatten die vielen Feuerwhisky und Elfenweinflaschen ihre Aufmerksamkeit erregt. Wo hatten die Slysuans den ganzen Alkohol her? Sie konnten unmöglich die Erlaubnis dafür. Keine Sorge, Granger. Die alte McGonagall hat uns ausdrücklich... Die alte McGonagall hat uns ihre ausdrückliche Erlaubnis gegeben. Tönte die spöttische Stimme von... Tönte die spöttische Stimme von Draco Malfoy durch den Raum, die die Stille durchschnitt wie ein scharfes Messer und alle Anwesenden wieder aufzurütteln schien. Augenblicklich ertönte Pansy Parkinsons gehässiges Kichern, wofür Hermine ihr einen wütenden Blick zuwarf und schließlich die Treppe, die von ihrem Zimmer in den kleinen Gemeinschaftsraum führte, hinunterging. Aber niemals in dieser Menge! Granger, du vergisst da was! grinste Malfoy überheblich und tippte sich auf die Brust, wozu Hermines Missmut das gleiche Zeichen hing wie bei ihr auch. Ich bin Schulsprecher... Ich bin Schulsprecher. Dabei starrte er nicht nur Hermine selbstsicher an, sondern warf auch Ron und Harry einen triumphierenden Blick zu. Rons Ohren färbten sich scharlachrot. Hermine konnte das Knirschen seiner Zähne schon fast hören und auch Harry sah Malfoy wütend an. Selbst Hermine verstand nicht, wieso Professor McGonagall Malfoy zum neuen Schulleiter... zum Schulleiter ernannt hat. Wieso Professor McGonagall Malfoy zum neuen Schulsprecher ernannt hatte und sie war beinahe von der Bank gefallen, als verkündet worden war, wer das neue Schulsprecherpaar werden würde. Den anderen Schülern schien es nicht anders gegangen zu sein. Im ersten Moment hatte Hermine noch damit gerechnet, Ron oder Ernie aus Hufflepuff als Partner zu bekommen. Aber nein, Draco Malfoy aus Slytherin wurde für diesen wichtigen Posten auserwählt und hatte nichts Besseres zu tun, als Hermine die meiste Zeit zu ignorieren oder zu verspotten. Am Anfang hatte sie noch versucht, sich so neutral wie möglich ihm gegenüber zu verhalten und sogar angeboten, sich ab jetzt mit Vornamen anzureden. Doch Malfoy hatte nur die Augenbrauen nach oben gezogen und so lange nichts gesagt, bis es Hermine zu blöd geworden war. Und sie sich umgedreht und in ihrem Zimmer verschwunden war. Ach ja, schnarrte Malfoy und drehte sich zu Harry und Ron. Da seht ihr, dass sich Granger weder aus dem dass sich Granger weder aus dem Turmfenster geschubst noch in der Badewanne ertränkt habe. Ein hinterlistiges Grinsen machte sich auf seinem Gesicht breit. Ich glaube, eine Entschuldigung wäre ganz angebracht. Schließlich, schließlich, habt ihr mir diese abscheulichen Dinge unterstellt. Ron sah aus, als würde er gleich explodieren und auch Harry konnte man deutlich ansehen, dass er Malfoy am liebsten den Hals umdrehen würde. Doch bevor es soweit kommen konnte, ging Hermine doch bevor es soweit kommen konnte, ging Hermine an dem Blonden vorbei. Wobei sie ihm wo wobei sie ihm einen wütenden Blick zuwarf, welchen er nur mit einem spöttischen Lächeln erwiderte und schnappte sich ihre beiden Freunde, um schleunigst von ihr zu verschwinden. Um schleunigst von ihr zu verschwinden. Als das Porträt hinter den dreien zuschlug, atmete Hermine aus. Gerade noch gut gegangen. Ein Streit war das letzte gewesen, was sie gebraucht hätte. Merlin Malfoy ist ja immer noch so unausstehlich. Wie hältst du das nur aus mit dem? Stöhnte Harry, worauf Hermine nur mit den Schultern zuckte. Eigentlich hatte sie manchmal das Gefühl gehabt, der Slytherin hätte sich gebessert oder versuchte es zumindest. Einmal waren Hermine ein ganzer Stapel Bücher und Schreibutensilien auf den Boden gefallen, als sie gerade schwankend versucht hatte, diese in ihr Zimmer zu bringen. Natürlich hatte Malfoy sie zunächst angemeckert, was der ganze Lärm solle. Hatte ihr dann jedoch zu Hermines großen Überraschung geholfen, die Sachen aufzusammeln und sogar die schweren Bücher in ihr Zimmer getragen. Ab diesem Zeitpunkt hatte sie gedacht, dass sich zwischen ihnen etwas geändert hatte und sie jetzt nicht mehr wie trotzige Kinder miteinander streiten würden. Doch das Drama von vorletzter Woche hatte gezeigt, dass er immer noch ganz der Alte in ihm steckte und schon wenn sie daran dachte, würde sie Malfoy am liebsten gegen die Wand klatschen. Damals war es nämlich um den heutigen Tag Halloween gegangen, für den sie sich gemeinsam als Schulsprecher eine besondere Aktion ausdenken sollten. Schließlich hatte Hermine den Vorschlag gemacht, dieses Halloween wie die Muggel zu feiern, um auch den reinblütigen Kindern die Muggeltradition näher zu bringen, sich zu verkleiden, die Kostüme ohne Zauberei selbst anzufertigen und schließlich nach Hogsmeade zum Süßigkeiten sammeln gehen. Natürlich waren die Zauberer in Hogsmeade eingeweiht und würden für die Kinder die Türen öffnen, um nach einem kleinen Spruch eine Süßigkeitsspende zu geben. Professor McGonagall, wie auch die restlichen Lehrer, waren begeistert von Hermines Idee gewesen. Nur Malfoy hatte das Gesicht verzogen, mit seiner typisch und mit seiner typisch arroganten Art dagegen gestimmt. Schließlich, nachdem wir Slytherin und die Gryffindor so lange miteinander diskutiert hatten, waren sie doch noch mit Hilfe von McGonagall zu einer gemeinsamen, annehmbaren Lösung gekommen. Die Siebt- und Sechsklässler, die Lust dazu hatten, würden mit den Erst- und Zweiklässlern nach Hogwarts Ach, warum sag ich mal Hogwarts anstatt Hogsmeade? Würde mit den Erst- und Zweiklässlern nach Hogsmeade gehen, während die Oberstufenschüler, die lieber in Hogwarts... Jetzt sag ich Hogsmeade anstatt Hogsmeade. ...die lieber in Hogwarts bleiben wollten, zu einer Party im Schulsprecherturm eingeladen wurden. Da dort jedoch hauptsächlich nur Slytherins kommen würden, hatten die älteren Schüler aus den anderen Häusern kein großes Verlangen, ebenfalls dort ihren Abend zu verbringen. Deshalb gab es jetzt ziemlich viele Aufpasser, die mit den Jüngeren nach Hogsmeade gehen würden und nur die Slytherins, die sich auf der Party wohl betrinken und dämliche Sp... und dämliche Sp... und dämliche... und dämliche Partyspiele spielen würden. Dass Hermine nicht unbedingt darüber begeistert war, dass ihr Turm heute... dass ihr Turm heute Abend von betrunkenen Slytherins besetzt worden würde... von betrunkenen Slytherins besetzt... besetzt werden würde... von betrunkenen Slytherins besetzt werden würde, musste sie nicht... musste sie wohl nicht mehr erwähnen. Habt ihr wirklich... Habt ihr wirklich gedacht, Malfoy hätte mich aus dem Turm... Habt ihr wirklich gedacht, Malfoy hätte... Malfoy hätte mich aus einem Turmfenster geschubst oder mich in der... oder mich in der... oder mich in der Badewanne ertränkt? Fiel Hermine plötzlich wieder Malfoys Worte ein. Ron verdrehte die Augen. Harry schüttete den... Harry schüttete den Kopf. Das haben wir nie gesagt. Wir haben uns nur Sorgen um dich gemacht und gedacht, dass du eventuell Probleme mit den Slytherins hast. Dass du eventuell Probleme mit den Slytherins hast. Da haben... Ah, das ist ein Fehler. Da haben wir gedacht, wir holen dich lieber ab. Wir holen dich lieber ab. Obwohl ich euch... Obwohl ich euch ausdrücklich gesagt habe, dass das nicht nötig ist. Fügte Hermine seufzend hinzu. Er lächelte aber ihre Jungs an. Tolles Kostüm übrigens. Du siehst ganz anders aus als sonst. Meinte Ron schließlich. Nachdem sie Richtung... Nachdem sie Richtung Eingangshalle... Nachdem sie Richtung Eingangshalle losgelaufen waren. Danke, schmunzelte Hermine. Ich würde ja über dich das gleiche sagen. Aber in deiner Quidditch-Kleidung sehe ich dich ja wirklich... Was? Aber in deiner Quidditch-Kleidung sehen wir dich ja nicht gerade selten. Ich wollte mich zuerst als Umbudsch verkleiden. Aber das wäre... Aber das wäre dann doch etwas zu gruselig gewesen. Entgegnete Ron todernst. Harry grinste und flüsterte Hermine zu. Außerdem... Außerdem... Außerdem hätte das Rosa sich... Außerdem hätte das... Außerdem hätte das Rosa sich grässlich... Sich ganz grässlich mit seinen Haaren gebissen. Da wäre... Da wäre eine Verkleidung als Kürbis wohl besser gewesen. Wobei... So eine süße kleine Schleife würde ihm bestimmt ausgezeichnet stehen. Kicherte Hermine. Ich kann euch hören. Knurrte Ron. Und verschränkte... Und verschränkte gespielt beleidigt die Arme vor der Brust. Daraufhin... Daraufhin musste Hermine... Daraufhin musste Hermine noch mehr... Daraufhin musste Hermine noch mehr lachen. Und beruhigte sich erst wieder. Als sie in der Angang... Als sie in der Eingangshalle ankamen. Wo die jüngeren und älteren Schüler schon auf die drei warteten. Ich würde mich noch so überlaufen. Das ist wieder... Vielen Dank.